Musik Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank, wir fahren heute wieder und zwar von Bliesdorf zum Licht der Freiheit Wo das ist, lasst euch überraschen, viel Spaß Ja, nachdem die letzten beiden Touren hier etwas hopfengeschwängert waren, möchte ich mal sagen Kann ich euch versichern, diese Tour zum Licht der Freiheit hat mit mir überhaupt nichts zu tun Es ist kein helles, das besonders leuchtet, nein, es ist eher was Geschichtliches an sich Der Titel Das heißt der Titel, das Ziel Hier geht es drei Kilometer immer auf dem Landesschutzdeich lang Kellenhusen bekommt Musik Da sind wir in Kellenhusen Ja, das war auch der Seebrücker von Kellenhusen Kellenhusen Musik 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 Ja, nach kurzem Zwischenstopp in Kellenhusen geht es nun weiter Musik 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 Das ist es, das Licht der Freiheit, der Leuchtturm von Dahme Warum Licht der Freiheit? Also noch die DDR-Gabe war der Leuchtturm von Dahme ein begehrtes, beziehungsweise das einzige Lichtzeichen, an dem sich diejenigen orientieren konnten, die sich dazu entschlossen hat, über die Ostsee in den Westen zu fliehen Der Leuchtturm von Dahme war das am weitesten entfernte Lichtzeichen, an dem man sich orientieren konnte, wo man am weitesten von der Küste der DDR entfernt flüchten konnte Trotzdem wurden die meisten Flüchtigen gefasst Leider Musik 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 Besteigen oder besichtigen kann man den Leuchtturm derzeit leider nicht Da werden Wartungsarbeiten durchgeführt Toilettenhäuser mag kein Indiz dafür sein Man kann aber auch heiraten, also wenn gerade nicht gewartet und baut wird Ich kenne sogar jemanden, der hat da geheiratet Ich kenne sogar zwei Musik Musik Ich hätte das große Glück, dass wir uns damals, 1987, im Deutschleistungspurs dafür entschieden haben, die Studienfahrt in die damals noch existierende DDR zu machen Und so hatte ich als Wessi die Gelegenheit, östliches Leben live mehr oder weniger, so wie man es uns halt darstellen wollte, zu erleben Aber trotzdem hat man den ein oder anderen Einblick in das Leben der Menschen dort bekommen und ich muss sagen, ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte, denn es war schon beeindruckend Ich würde Barbara Schöner jetzt auch nochmal danken, aber sie ist leider schon verstorben Das war unsere damalige Seherin Frau Schöner, alles richtig gemacht, danke trotzdem Und hier sind wir mittlerweile in Dahme Und hier sind wir mittlerweile in Dahme Das ist die Station der DLRG Wasserrettung in Dahme, wo unser Don Jan Niklas einige Sommer verbracht hat Und ganz schön vieler liefert, soweit ich weiß Alles weiß ich auch nicht, zum Glück Das war unser Abstecher, kurz Abstecher nach Dahme Und wir fangen jetzt nach Hause, wir kommen nach dem Kurs der Sessmann vorbei Aber ausführlicher machen wir das vielleicht, dann ist es mal nicht Hier sind wir in Cisma, den Besuch des Klosters lassen wir jetzt einfach mal aus Entweder fahren wir dann später nochmal hin oder wie auch immer Aber wir wollen den Film ja auch nicht überladen Aus dem Umbruch immer nach Hause Weiter geht's Das war also die heutige Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank Ich habe euch mitgenommen zum Licht der Freiheit Licht der Freiheit ist der Leuchtturm in Dahme Offiziell Leuchttfeuer Dahme Höwed Wir haben Rast gemacht in den Ostseebädern, Kell und Hüsen Und haben uns natürlich auch Dahme angeguckt Am Hinweg sind wir am Meer entlang gefahren Rückweg war dann mehr Inland Muss ich gucken, dass ich ihn nicht überfahren werde Und ja, es war nicht ganz so spannend, deswegen gibt es da weniger Bilder von Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid Wenn das heißt, unterwegs mit Frank über einen Daumen hoch würde ich mich freuen Über ein Abo sogar noch ein bisschen mehr Aber viel wichtiger ist, bleibt gesund Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!